Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Prozessmanagement nicht nur Prozessmanagement ist. Eine Welt, in der es nahtlos mit Risikomanagement, Auditmanagement, Nachhaltigkeitsmanagement und vielen weiteren Lösungen verschmilzt. Eine Welt, die nicht nur Ihre Arbeitsweise, sondern auch Ihre Denkweise verändert. Intuitive Einklickbedienung. Was zählt, ist ein einfacher und personalisierter Zugang zum interaktiven Management-System. Relevante Prozesse, Systeme, Dokumente und Kennzahlen sind für die Mitarbeitenden immer nur einen Klick entfernt. Alle Informationen sind intelligent miteinander vernetzt. Die Prozesse leiten Sie mit einem Klick zu den ausführenden Rollen. Von dort geht es mit einem Klick zu den dahinterstehenden Mitarbeitenden, zu deren persönlichen Profilen und zu deren Verantwortlichkeiten. Mit einem weiteren Klick sehen Sie schon die Zuordnung im Organigramm. Einfach, schnell, effizient. Das Erstellen von Flowcharts und Anreichern mit hilfreichen Stammdaten geht mit der tabellarischen Schnellerfassung einfacher, schneller und effizienter von der Hand als jemals zuvor. Mit Drag & Drop können Prozesse grafisch designt werden. NAs erstellt das Layout immer automatisch. So sparen Sie sich Aufwand und Sie gelangen in kürzester Zeit zu besseren Ergebnissen. Gemeinsam ans Ziel Ihre Mitarbeitenden werden eingeladen, Feedback zu geben. Aus dem Feedback entstehen automatisch To-Dos für Verantwortliche. Alle Beteiligten erhalten Push-Nachrichten zum Verlauf und neuen Aufgaben. Sämtliche Informationen stehen in perfekt aufbereiteten Dashboards stets zur Verfügung. Die gemeinsame Arbeit macht dadurch Spaß und die Verbesserungen sind nachhaltig. Transparenz beseitigt Komplexität. NAs vermindert die Komplexität Ihres Management-Systems extrem. Mit hilfreichen Dashboards behalten Sie zum Beispiel laufende Freigaben, offene Kenntnisnahmen, Gültigkeit von Version und Prozessreifegrade immer im Blick. Aus den Übersichten können Sie sofort die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen einleiten. Integrierte Management-Systeme NAs integriert die ständig wachsenden Herausforderungen vollständig und sicher in einem Pool. Prozessorientiertes Risikomanagement, Informationssicherheitsmanagement, Ideenmanagement und vieles mehr. Neugierig geworden? Machen Sie es wie tausende unserer Kunden und Kundinnen. Besuchen Sie unsere Webseite und überzeugen Sie sich selbst. Testen Sie die Software NAs einen Monat lang kostenlos und erleben Sie die neue Welt von prozessorientierten Management-Systemen. Be part of the process.